Mit Achtung, Achterbahn, durch den Advent. Martin, ich wünsche mir einen Gutschein. Ich möchte einen Gutschein bitte und vielleicht ein T-Shirt von Persono. Das wäre für mich das Richtige. Okay, ja, ich sage es dem Weihnachtsmann unter dem Christkind. Ja, dann hoffe ich, dass ich es kriege. Dem Persono Christkind? Dem Persono Christkind sage ich es. Du möchtest einen Gutschein und ein T-Shirt. Ja, warte mal, warum eigentlich? Weil ich das Ganze ja brav gewesen bin. Und weil es bei uns jetzt in dieser kleinen, feinen Sendung gerade um Mitarbeitergeschenke geht. Ja, das ist natürlich ein aktuelles Thema. Wie handhabt ihr das? Ich kann jetzt etwas von Persono sagen, es gibt ja tatsächlich jedes Jahr ein Geschenk. Du weißt es ja auch noch. Ich erinnere mich auch, das kann man vielleicht auch weitergeben. Damals, vor ein paar Jahren, warst du derjenige, der tatsächlich in unserer Startphase in den ersten Jahren für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter einen individuellen Adventskalender gekauft hat, schon zu Beginn der Adventszeit. Und dann zu Weihnachten gab es halt im Rahmen der Weihnachtsfeier ein kleines Geschenk für jeden. Und meist ist das ehrlicherweise ein Gutschein bei uns, muss ich sagen. Ich bin mittlerweile weg von den City-Gutscheinen hin zu Amazon-Gutscheinen, weil damit immer jeder irgendwas anfangen kann. Und wenn du dich erinnerst, habe ich damals für jeden eine Karte geschrieben. Ja, ich erinnere mich sehr gut. Und ja, also es wird halt mit zunehmenden Unternehmenswerks ein bisschen schwieriger. Aber ja, mir war das schon immer wichtig, ein kleines Zeichen zu setzen und darum haben wir das in Wahrheit bei Admetix auch. Heute oder heuer werden viele Firmen wahrscheinlich darauf verzichten, nehme ich mal an, weil es einfach ein sehr, sehr, sehr schwieriges und herausforderndes Jahr für fast alle auf dieser Welt ist. Aber kann man ja sich was anderes einfallen lassen? Und ich finde es einfach immer eine nette Geste, sowas zu machen. Ja, vor allem das ist was Kleines, aber Feines, ist trotzdem eine gewisse Wertschätzung. Je nach Unternehmensgröße kann das ja auch größer ausfallen. Wie war das in den größeren Unternehmen, wo du gewesen bist? Gab es da Abstufungen, je nach Hierarchieebene quasi, wie viel man irgendwie oder was man bekommen hat als Weihnachtsgeschenk, als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter? Ich, man hat ehrlicherweise nicht bei jedem Unternehmen, wo ich war, ein Weihnachtsgeschenk bekommen, sondern da war eher das Thema, so da gibt es eine Weihnachtsfeier, da bedrinkst du dich und dann gehst du daheim. Ist auch ein schönes Geschenk. Ist auch ein schönes Geschenk und eigentlich ein wunderschöner Schlusssatz für das Thema. Wenn man halt nichts schenkt, dann macht man eine tolle Feier, bedrinkt sich und hat sich als Unternehmung in dem ganzen Team und fühlt sich so wohl. Ist auch schön. Prost. Prost.